Ganz wichtiges Event für mich diesen Sommer 2023, PS Days in Hannover vom 7. bis 9. Juli. Dort werden sehr viele aus der Szene dabei sein. Das heißt, den Respekt muss ich mir da verdienen und bis dahin muss das Auto fertig sein. Es ist wie gesagt noch viel zu tun. Ich bin mal gespannt, wie das ankommt. Wenn ihr dabei seid, live dabei seid, könnt ihr das Projekt komplett erleben, wie es sich fährt, wie es sich anhört und überhaupt das Feeling, den Spirit, den ich hier habe, einfach miterlebt. Bringt euch schon mal gut an!